Hallo und herzlich Willkommen bei PIXUM. Mein Name ist Daniel Attela und ich bin der Gründer von PIXUM. Zusammen mit zwei Freunden habe ich vor 15 Jahren PIXUM gegründet. Wir waren damals ein Pionier in der Internet- und vor allen Dingen in der Fotobranche. Die Idee entstand aus einem eigenen Bedürfnis. Ich habe mir einen Jugendtraum erfüllt und einen Flugschein gemacht und während dieses Flugscheuens in den engen Cockpits passte meine analoge Kamera nicht rein und ich kaufte mir eine digitale Kamera und kam schlussendlich mit einer ganzen Handvoll Disketten nach Hause und suchte eine Möglichkeit, diese digital zu entwickeln. Und da es das nicht gab, war die Idee geboren und wir gründeten PIXUM. Heute sind wir in ganz Europa vertreten und liefern Millionen von Kunden mit unseren PIXUM-Fotobüchern und PIXUM-Wandbildern. Natürlich auch noch klassischen Fotos und an der damaligen Mission, dass wir immer das Beste und das Schönste aus den Fotos unserer Kunden machen wollen, hat sich bis heute nichts geändert. Deshalb legen wir großen Wert auf die Qualität der Produkte und auf einen eigenen Service. Kommen Sie doch mal mit, ich zeige Ihnen etwas. Wir befinden uns hier an einem der Infoscreens von PIXUM. Hier können wir in ganz Europa sehen in Echtzeit welche Aufträge wir gerade bekommen. Sie sehen jetzt hier gerade ist ein Auftrag eingekommen. Der war in Süddeutschland. Das PIXUM-Fotobuch ist übrigens unser beliebtestes Produkt. Sie sehen wir haben hier unterschiedliche Formate und auch Papiersorten. Insgesamt haben wir eine breite Produktpalette über die PIXUM-Wandbilder und die PIXUM-Kalender bis hin zu Tassen mit Ihren Fotos oder Grußkarten. Und auch ein sehr beliebtes Produkt sind iPhone und iPad-Hüllen. Natürlich liefern wir auch noch klassische Fotoabzüge. Alles in perfekter Qualität. Gefertigt werden unsere Produkte in acht hochmodernen Produktionsstätten in Deutschland und Europa. Ausgangspunkt ist der Sicherheitsserver, bei dem die Bestelldaten ankommen. Es folgt eine hochpräzise Fertigung auf modernsten Maschinen und, was mir ganz wichtig ist, mit umweltverträglicher und nachhaltiger Drucktechnologie. Mit viel Liebe zum Detail erstellen unsere Kollegen die Produkte dann in bester Qualität. Und dank unserer hochmodernen Auftragsabwicklung und der schnellen, präzisen Fertigung halten Sie dann Ihr PIXUM-Lieblingsprodukt bereits nach wenigen Tagen in den Händen. Hightech und Innovationen finden Sie nicht nur in der Produktion bei uns, sondern auch in der Schnittstelle zu Ihnen, unseren Kunden. Ob das auf dem Handy ist, wo wir tolle Apps haben, mit denen Sie alle Produkte zusammenstellen können oder auf einem Tablet oder natürlich auf der Website. Hier finden Sie die besten Apps, um Ihre Fotos perfekt in Szene zu setzen. Ob als PIXUM-Wandbild oder als PIXUM-Fotobuch. Ich bin davon überzeugt, das macht Ihnen genauso viel Spaß wie mir. Was PIXUM neben Technik und Innovation besonders ausmacht, sind Unternehmenskultur und Mitarbeiter. Hier in Köln sind wir über 100 Mitarbeiter und beschäftigen auch in den Produktionsstätten noch mal über 200 Leute. In Köln arbeiten wir an Marketing, Technologie und dem Kundenservice. Kommen Sie doch mal mit in den Kundenservice. Ich zeige Ihnen, wie das dort aussieht. Wir sind jetzt hier live in unserem PIXUM-Kundenservice. Bis zu 30 Mitarbeiter arbeiten hier für Sie am Telefon und per E-Mail. Ob es nun Fragen zu Produkten sind oder zu Preisen oder gegebenenfalls auch mal eine Reklamation, wir stehen Ihnen zur Verfügung und zwar hier in Köln und nicht irgendwo an einem ausgelagerten Standort. Damit sind wir am Schluss unserer kleinen Reise durch PIXUM angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft für Sie Ihre schönsten Bilder machen dürfen und bis dahin verbleibe ich, Ihr Daniel Attaler.